Übungsbuch, Einkurs in Wundern, Kreuthof Verlag, Nummer 10. Was ist das jüngste Gericht? Seite 456. Die Wiederkunft Christi schenkt dem Sohn Gottes diese Gabe. Die Stimme für Gott verkünden zu hören, dass das, was falsch ist, falsch ist und das, was wahr ist, sich nie geändert hat. Dies ist das Urteil, in dem die Wahrnehmung endet. Erst siehst du eine Welt, die dieses als wahr angenommen hat, aus einem Geiste projiziert, der nun berichtigt worden ist. Und mit dieser heiligen Sicht gibt die Wahrnehmung einen stummen Segen und verschwindet dann, denn ihr Ziel ist erreicht und ihr Auftrag ist erfüllt. Das letzte Urteil über die Welt enthält keine Verurteilung. Denn es sieht die Welt als eine, der total vergeben ist, ohne Sünde und gänzlich ohne Sinn und Zweck. Ohne eine Ursache und nun ohne Funktion in Christi Sicht entgleitet sie einfach ins Nichts. Dort wurde sie geboren und dort endet sie auch. Und all die Figuren in dem Traum, in dem die Welt begann, gehen mit ihr. Körper sind jetzt nutzlos und werden deshalb dahinschwinden, weil der Sohn Gottes grenzenlos ist. Gottes Urteil ist die Gabe der Berichtigung, die er allen deinen Irrtümern verliehen hat. Wodurch er dich von ihnen wie auch von allen Wirkungen befreite, die sie je zu haben schienen. Gottes erlösende Gnade zu fürchten heißt nur, die vollständige Befreiung aus dem Leiden, die Rückkehr zu Frieden, Sicherheit und Glück und die Vereinigung mit deiner eigenen Identität zu fürchten. Gottes letztes Urteil ist so barmherzig, wie jeder Schritt in dem von ihm bestimmten Plan, seinen Sohn zu segnen und ihn zu rufen, in den ewigen Frieden zurückzukehren, den er mit ihm teilt. Fürchte dich nicht vor der Liebe, denn sie allein kann jeden Kummer heilen, alle Tränen abwischen und den Sohn, den Gott als seinen anerkennt, sanft aus dessen Traum des Schmerzes wecken. Fürchte dies nicht. Die Erlösung bittet darum, dass du sie willkommen heißt. Und die Welt wartet darauf, dass du sie freudig annimmst, was sie befreien wird. Dies ist das letzte Urteil Gottes. Du bist nach wie vor mein heiliger Sohn, ewig unschuldig, ewig liebend und ewig geliebt, so grenzenlos wie dein Schöpfer, völlig unveränderbar und ewig rein. Erwache deshalb und komme zu mir zurück. Ich bin dein Vater und du bist mein Sohn. Und du bist mein Sohn. Ich bin dein Vater und du bist mein Sohn. Vielen Dank.